Musik Für viele Menschen scheint eine Schusswaffe einen ungemeinen Reiz auszulösen. Doch wieso fasziniert eine Waffe so sehr? Ich möchte das Selbstexperiment wagen und mit einer echten Waffe schießen. Dafür mache ich mich auf den Weg nach Wallenhorst. Hier haben Hans-Günter Winkler und seine Frau sich im Jahr 2015 mit einer Schießanlage selbstständig gemacht. Das Schießen mit echten Waffen ist hier auch für den Waffenlaien möglich. Hallo Herr Lixmann, grüß dich. Warum darf ich das einfach so als eine Person, die noch nie mit einer Waffe geschossen hat und auch noch nie so Kontakt mit einer Waffe hatte? Okay, also wir sind hier eine kommerzielle Schießanlage, die hat die waffenbehördliche Genehmigung, das zu tun. Wir haben also eine Betreibergenehmigung von Seiten der Waffenbehörde. War natürlich verbunden mit sehr vielen und sehr hohen Auflagen, haben wir umgesetzt, haben wir genehmigt bekommen. Und deswegen dürfen sie bei uns unter Aufsicht schießen. Was passiert jetzt genau, wenn ich mit einer Waffe schießen möchte? Sie haben noch gar keinen Umgang mit großkaliberigen Schusswaffen gehabt. Das heißt, dass wir gleich erstmal einen Erfassungsbogen ausfüllen. Das heißt, Sie können ihn auch allein ausfüllen. Wo ein paar Daten von Ihnen eingelegt werden und wo auch die Schießstandordnung drinsteht, die Sie dann durchlesen und unterschreiben zur Kenntnis. Danach bekommen Sie eine fundierte Einführung, eine Unterweisung in die Waffen, die Sie aussuchen. Wenn das alles vernünftig vonstatten gegangen ist, gehen wir auf den Schießstand und schießen. So einfach ist das also. Erfassungsbogen ausfüllen, Schießordnung lesen, verstehen und unterschreiben. Ein Personalausweis muss nur vorgelegt werden, wenn eine Volljährigkeit nicht ersichtlich ist. Ich habe hier noch eine Frage zu einer Sache, die hier oben direkt steht. Und zwar steht, der spielerische Umgang mit Schusswaffen ist in jedem Fall untersagt. Richtig. Was ist der spielerische Umgang mit Waffen? Wir wollen sicherstellen, dass wir keinen spielerischen Umgang mit der Waffe haben. Also wie zum Beispiel der Cowboys-Hominianer einfach mit der auch leeren Waffe einmal Peng Peng sagt oder sowas. Das ist sowas, ein spielerischer Umgang oder einfach mal so irgendwie. Es gibt das beim Cowboy, dass man sich so dreht, die Waffen oder sowas. Das sind alles so spielerische Sachen, die wir auf gar keinen Fall wollen. Und die auch dann gefährlich sind natürlich. Da kommen wir in den Bereich Gefährlichkeit. Und war es denn schon mal so, dass Sie jemanden, der hier schießen wollte, das Schießen verwehrt haben? Tatsächlich ja. Zum Glück nur einmal, aber es war eine jüngere Gruppe von Jungs, die nämlich genau das eben gemacht haben. Deswegen kam ich genau auch gerade. Das war ein Beispiel davon. Die haben dann also dieses erste Mal auch eine großkalibrige Waffe in der Hand gehabt und waren eine Ungeladene während der Einweisung. Und haben einfach mal zu mir auch mal, boah, hier, das ist ja eine echte Pistole. Peng Peng, nur gesagt. Das war genau der Moment, wo ich gesagt habe, pass auf, wir müssen mal hier mal abbrechen. Vielleicht unterhalten wir uns gleich nochmal kurz und hier kommt vielleicht irgendwer anders nochmal wieder. Hans-Günter Winkler erfreut sich mit seiner Schießanlage über hohe Resonanz. Aber wieso zahlen Menschen Geld dafür, um mit Waffen zu feuern? Ich fahre nach Hannover, um mir die Frage beantworten zu lassen. Dort treffe ich mich mit Professor Dr. Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen und Fachmann auf diesem Themengebiet. Woher stammt die Faszination bzw. der Reiz für Waffen bei uns Menschen? Ich gehe auf meine eigene Biografie. Ich war fasziniert davon, als ich als 19-Jähriger zur Bundeswehr kam und auf einmal die Chance hatte, selber mit diesen Powerinstrumenten zu hantieren. Da habe ich es am eigenen Leibe gespürt, dass das ein Machtinstrument ist. Dass man Machtgefühle bekommt, wenn man so eine Waffe in der Hand hat, weil man alles Mögliche mit anrichten kann. Weil sie tödlich sind und man natürlich aus Filmen, aus Romanen immer dieses Identifikationsmuster kennt. Ich schlüpfe gedanklich in die Rolle eines Helden, der mit der Waffe agiert. Das macht die Faszination aus. Warum bezahlen Ihrer Meinung nach Menschen dafür Geld, um mit echten Waffen auf so einer gesicherten Schießanlage schießen zu können? Es gibt eine kleine Gruppe, die besitzt Illegalwaffen und kann sie aber in der Öffentlichkeit nie testen. Man kann die eigenen Fähigkeiten, treffsicher zu schießen, nicht wirklich trainieren. Für die ist das ideale Trainingsgelände, dass sie sich ein bauähnliches Waffeninstrument suchen und endlich sicher sind. Aber damit könnte ich notfalls auch oder werde ich dann auch, so wie geplant, mit der Waffe im Einsatz agieren. Also der problematische Aspekt ist das Trainingsgelände und dann ist es für eine große Gruppe schlicht die Befriedigung von Neugierde. Man guckt so viele Krimis, man ist so oft von der Identifikation her in der Rolle von jemandem, der kämpft. Und will man es doch auch mal ausprobieren, wie das wirklich ist und den Rücksturz spüren und sehen, dass es doch sehr viel Übung verlangt, um treffsicher schießen zu können. Zurück in der Schießanlage Winkler in Wallenhorst liegt diese Erfahrung noch vor mir. Bevor ich nun richtig schießen darf, steht noch eine Einweisung in die ausgewählten Schusswaffen an. Natürlich nicht mit echter Munition, sondern mit Dummy-Patronen. Okay, also wir starten jetzt mit der Einweisung. Die Einweisung umfasst erstmal das Verständnis für die Technik, was mit so einer Person überhaupt passiert, wenn sie geladen ist. Dann gibt es den Umgang mit der Waffe, dann kriegen sie auch gleich die Dummies und dann gucken wir mal, wie das Abzugsverhalten ist und wie man das lädt und wie man auch so eine Waffe, wenn sie mal nicht funktioniert, wieder entlädt und so weiter. Und damit man ein Gefühl für die ganze Sache kriegt und gehen dann auf den Skistand und setzen das Ganze mit scharfen Patronen um. Das erste Mal eine Waffe, auch wenn nur unscharf, in der Hand zu halten, ist ein komisches Gefühl. Bei der Einweisung wird mir klar, wie filigran und auch wie einfach zu bedienen eine Schusswaffe ist. Normalerweise darf bei der Einweisung niemand im Lauf der Pistole stehen. Für die Dreharbeiten wurde uns eine Extraerlaubnis erteilt. Haben Sie denn Angst, wenn zum Beispiel, also Angst ist wahrscheinlich falsch, dann werden Sie falsch in Ihrem Beruf und auch in dem, was Sie hier machen. Aber letztendlich kennen Sie mich ja auch gar nicht und wenn ich mich jetzt mit einer scharfen Waffe dort vorne hinstelle, könnte man sich ja letztendlich auch ruckartig umdrehen und wild um sich schießen, oder? Ja, das wäre der Amok-Fall. Genau. Angst, wie Sie es schon gesagt haben, Angst habe ich nicht davor, aber ich denke in der Tat täglich dran an sowas. Nicht zuletzt machen wir ja auch diese umfangreichen Einweisungen, um da auch schon im Gespräch so ein bisschen schon mal abzuklopfen, ob das, ich hatte es ja vorhin mal an der Thekemeyer erwähnt, ob es da vielleicht auch mal eine Situation gibt, wo wir sagen, pass auf, jetzt kriegst du mal keine Waffe von uns in die Hand. Damit, ganz ausschließend kann man das natürlich nicht. Hier ist noch nie was passiert, zum Glück, unter unserer Federführung hier und ich hoffe, dass das so bleibt. Nachdem der Umgang mit den Schusswaffen mir vertraut ist, geht es weiter zum Schießstand. Geschossen wird auf projizierte Zielscheiben. Das Feuern auf menschliche Umrisse ist hier untersagt. So, alles klar. Das heißt, Adam gehört jetzt auf, ja. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Rohwerfer genau so anfangen, wie wir das vorhin auch in der Einweisung gemacht haben. Bitteschön. Waffe ich auch Sie in die rechte Hand nehmen, genau. Genau, die Patronen alle rein. Genau, die Trommel schließen, dass die leere Kammer oben ist. Genau, hier ruhig ganz oben auffüllen, dass man recht hoch anfasst. Genau, das ist besser. So? Ja, genau. Linker Hand mit dran. Ja. Alles gleich. Fühls ruhig ein bisschen auseinander, stabil hinstellen, Oberkörper leicht nach vorne. Okay. Das ist super. Du suchst dir am besten die Nummer 3 aus, das ist die mittlere Scheibe. Okay. Genau, jetzt mit dem linken Daumen den Hahn spannen. Damit hast du die Waffe scharf geladen. Also durch, tatsächlich, durch diesen Gehörschutz, höre ich mein Herz jetzt noch viel krasser. Okay. Also ich höre es ganz schön puckern. Okay. Jetzt könnte ich theoretisch schließen. Vorhin bei der Einweisung mitten aufs Ziel legen, den Finger an den Abzug und einfach den Druck am Abzug erhöhen, bis es, wie vorhin, bis es klick macht. Okay. So? Genau. Festhalten? Nee, einfach ganz entspannt. Einfach ganz gerade halt. Okay. Gut. Alles gut? Jo. Okay, alles klar. Und du hast auch in der Mitte getroffen. Relativ in der Mitte. Mit dem linken Daumen wieder den Hahn spannen und das gleiche nochmal. Alles gut. Okay. Jetzt müssen wir noch die Hülsen rausnehmen. Gut. Mit dem rechten Daumen wieder ein bisschen nach vorne machen und mit den linken Fingern einfach ganz raus spielen. Genau. Hier ist ein Ding. Ruhig reingreifen. So. Genau, jetzt kann ich rechts loslassen. Jetzt kann ich auch, genau, meine Hand aufhalten, runterzielen, die einfach da reinschmeißen. Genau, Hülsen sind alle leer und einfach da auf den Boden schmeißen. Die können wir wegschmeißen, die ersorgen. Und dann haben wir den Tisch immer sauer. Einfach hier hin. Genau, einfach da hinschmeißen. Alles gut. Okay, das war's. Also man muss tatsächlich sagen, es ist ein sehr komisches Gefühl. Okay. Also man kann sich das sehr, sehr schwierig vorstellen, dass aus so einer kleinen Sache so ein Druck rauskommt in diesem Moment. Das ist in Ordnung? Okay, das ist völlig in Ordnung. Okay. Das gehört dazu. Das ist die Aufregung, die der Gast natürlich auch mitkauft. Natürlich. Der will ja abends nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, was haben wir heute eigentlich nochmal gemacht? Ich glaube, wir waren Rudern auf der Hase. Nee, stimmt, wir waren beim Schießen. Nee, nee. Man redet da natürlich abends schon. Oh, Mensch, das war aufregend und das war toll. Und das gehört dazu, klar. Nach ein paar weiteren Schüssen und das Wechseln der Waffen weicht die Aufregung der Routine. Besonders mächtig fühle ich mich jedoch nicht. Eher konzentriert und angespannt. Rückblickend betrachtet kann ich den Reiz, den die Schusswaffe auslösen soll, in Teilen nachvollziehen. Aufregend ist es in jedem Fall. Der geschützte Raum und die professionelle Betreuung von Hans-Günter Winkeler haben dazu geführt, dass ich mich jederzeit sicher gefühlt habe. Meine Faszination für Waffen wurde durch dieses Experiment jedoch nicht geweckt. Vielmehr wurde die Gewissheit gestärkt, dass die Waffe für mich ein Verteidigungsinstrument bleibt, welches nicht zum Spaß, sondern zum Töten geschaffen wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017